Hallo. Ah, es geht wieder. Ab und zu geht das nicht, ich versteh's nicht. Mann! Äh, ja. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Äh, du hast hier das selber gesagt, du Hirn. Ach, da hätte ich... Vergiss das, ich bin... Ey. Ich bin einfach nur gerade so gereizt. Ich muss heute noch DayZ machen mit dem Herr DreamTax. Hoffentlich kann er. Was haben wir da? Burst Gun. Ich bräuchte mal Munition. Magazinvergrößerung der Pistole? Nein. Präzisionsgewehr, mehr Schaden. Den Karabiner haben wir, glaube ich, auch noch... haben wir komplett aufgerüstet, ne? Wir haben noch die Schrot. Schrot findet mehr Schaden. Ach, mehr können wir eh nicht kaufen. Gut. Den hast du gerade aus dem Automat geklaut. Die Hand of the Prophet. Komslaps Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David, ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinsfreude. Aufregend der Start, atemberaubend die Flugkurve und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Wo ist der? Da oben. Was ist das? Da, in Deckung! Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Zieh dich um, Elizabeth. All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Komm, Elizabeth, mach! Zieh hier! Munition! So, er ist hinüber. So, er ist hinüber. Der ist gut. Ah, Mann! Whoa! Also, Muni ist hier echt ein riesen Problem. So, da hinten kommen noch mehr. Danke. Also, aus der Hüfte kann man eigentlich hier am besten schießen. Ja, dann los. Auf. Guck mich nicht so an. Meinst du, es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben? Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Wo? Da drüben. Kommstox Leute, sie wollen zu uns. going into Reg some. Moment. Moment. Okay. Moment. 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 I will take hier. Moment. Zwei sogar sind das unsere nein gut durch die wand geworfen ah man jawoll wow so jetzt entern die auch noch komm schon Okay, ich brauch dringend Gesundheit. Nimm doch die Salze. Danke. 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 Du hast es ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf. Zieh dir die Wetter an mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen wie ich bin und wie er nicht ist. Entschuldigung, wenn ich nicht rede, ich muss mich gerade hier extrem konzentrieren, um nicht allzu sehr zu failen, oh, einen Wagen, endlich, kann ich mir alles nicht kaufen, bis auf das hier. Mann. So. 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 Komm, schnell! Luft! Luft! Boah! Alter! Danke, Geld ist immer gut willkommen. Was haben wir da noch? Ah. Immer gut gucken, dass wir alles mitnehmen, was hier möglich ist. Da haben wir Salze. Hm. Hm. Puh. Gut. Puh. Äh. Drei Decks. Höher sagst du. Äh. Ah. Ich erwarte irgendwie die ganze Zeit, was das was kommt. Fanny, hier geht's nicht hoch. Ich glaube, wir kommen doch nur über diese Skylines an Comstock ran. Dann mal los. Na. Äh. Will er jetzt nicht dran springen, oder wie? Komm schon. Mach doch bitte mal das, was ich will. Sei so nett. Ein Präzisionsgewehr. Das ist doch zum... Eine Luke zum nächsten Deck. Von der anderen Seite verriegelt. Verdammt. Es muss noch einen anderen Weg geben. Wo sind denn diese behinderten Skylines? Da. Aber die gehen auch nicht. Diese Skylines führen hoch zum nächsten Deck. Wenn wir diese Kapseln wegschaffen, könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen. Und los. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth. Sie obliegt dir. Die Skyline ist Freiburger. Na endlich. Gut. Dann rasen wir mal in der nächsten Folge hoch zum Herrn Comstock. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.